Hallo und willkommen bei PrepperFox. Viele Leute denken, dass Kampf und Gewalt die einzige Option ist in einer großen Krise oder Ausnahmesituation, um zu überleben. Aber ist das wirklich so schlau und gibt es nur diese eine Option? Mehr dazu, nach dem Intro. Es ist durchaus immer wieder erstaunlich für mich, wenn ich da draußen mit den Leuten diskutiere, über Ausnahmezustände, Krisen, Extremsituationen und die damit verbundene Eskalation, die man sich da immer vorstellt, dass ich da immer wieder dieselben Antworten bekomme oder häufig die gleichen Antworten. Speziell von Männern kommen da immer die Aussagen, ich bin bewaffnet, es kann losgehen, da soll nur jemand versuchen, mir meine Vorräte wegzunehmen, ich werde mich wehren und so weiter. Warum geht das in diese Richtung? Ich habe mir da wirklich Gedanken darüber gemacht und ich kann mir das nur so erklären, dass viele Leute gerne sich selber heldenhaft sehen, dass sie keinen Kampf scheuen, dass sie mit vollem Risiko auch ihre Vorräte, ihre Familie und so weiter verteidigen würden und natürlich auch dann zuletzt als heldenhafter Mensch dastehen, der dann eine große Krise überstanden hat oder eine schwierige Situation. Vielleicht ist es dieses Denken oder vielleicht kommt das auch zum Teil ein wenig aus Hollywood, dass sich die Leute das so vorstellen. Aber ich denke, da gibt es auch noch einen anderen Zugang und über den möchte ich heute im Video ein wenig sprechen. Was wäre denn nun der Gegenpol zu dieser kämpferischen und heldenhaften Einstellung? Das ist einfach erklärt. Warum kann man nicht auch die Taktik des Rückzugs wählen, der Risikominimierung, der Konfliktvermeidung, um in einer großen Krise weiterzukommen? Und ich denke, auch da habe ich eine Erklärung dafür, warum so wenige Leute auf so eine Idee kommen oder viele Leute das einfach nicht erwähnen, weil sie dann vielleicht als Feigling dastehen oder eben nicht so heldenhaft gesehen werden, wenn sie lieber den Rückzug antreten, als sich einer Konfrontation zu stellen. Und zum Thema Selbstüberschätzung habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das spielt für mich auch hier in dieser Kerbe. Also die Leute, die sagen, ich kann mit jedem umgehen, ich kann jeden Konflikt lösen, ich bin der Stärkste, der Beste, die haben dann vielleicht mitunter auch ein Problem mit der eigenen Selbstwahrnehmung. Und das sollte man schon bedenken und sich auch mal selbstreflektiert betrachten, in welche Kategorie man hier fällt. Bei mir ist das, glaube ich, ziemlich klar und das kommt im Verlauf dieses Videos sicher noch heraus. Zu dieser Thematik Kampf, Verteidigung, Gewalt oder Rückzug, Flucht, Risikominimierung möchte ich meinen Standpunkt wirklich mal klar darstellen. Für mich ist beides eine Option. Nur weil ich eher in Richtung Rückzug, Risikominimierung und so weiter tendiere, heißt das nicht, dass ich nicht auch bereit bin zu kämpfen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass meine Freunde, meine Familie bedroht werden oder in einer großen Gefahr sind und es darum geht, dass man diese Leute verteidigt, dann werde ich ganz vehement und ohne viel zu zögern natürlich mein Leben riskieren, um deren Leben zu schützen. Das ist eine klare Sache. Ich werde das zumindest versuchen. Natürlich muss man auch da abwägen, wie hoch sind die Risiken, aber wenn das zu tun ist, was man tun muss, dann bleibt einem nichts anderes übrig und gerade bei anderen Leuten würde ich wahrscheinlich sogar ein höheres Risiko eingehen, als wenn es um mich selbst geht. Dieser Aspekt ist mal so zu sehen. Wenn es dann um Flucht geht oder um Rückzug, dann muss man natürlich auch wieder daran denken, funktioniert das mit den Leuten, mit denen man zu tun hat? Geht das mit deiner Familie? Hast du Kinder? Schafft deine Frau irgendwo eine Flucht in ein anderes Land oder in eine andere Gegend? Ist das überhaupt möglich? Also auch da muss man gewisse Umstände abwägen und sich das anschauen, ob das überhaupt so weit möglich ist. Genauso wie beim Kampf. Im Endeffekt, wenn du vor einer so einer Lage stehst, dass du reagieren musst, wenn es zum Beispiel schnell gehen muss, dann wirst du sicher sehr instinktiv und aus dem Bauch heraus handeln müssen, weil das gar nicht anders geht. Du kannst nicht lange überlegen, wenn du von fünf Leuten angegriffen wirst, ob du dich jetzt wehrst oder ob du davonläufst. Aber wir Menschen haben nur ein paar grundlegende Eigenschaften, wie wir auf Bedrohungen reagieren können und da gehören Flucht und Kampf mit Sicherheit dazu. Das ist wie bei einem Tier, das ist gar nichts anderes. Wo meine Kampf- und Risikobereitschaft schon wesentlich abnimmt, ist, wenn es um die Verteidigung meines Vorrates, vielleicht meines Hauses, Werkzeug und Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel geht, also materielle Dinge. Warum? Wenn ich es schaffe, durch den Verlust von Dingen mein Leben zu schützen, also wenn die nicht von mir etwas wollen, sondern nur meine Vorräte, meine Ausrüstungssachen, dann ziehe ich möglicherweise diesen Verlust mit ein und nehme das in Kauf, damit ich mein Leben rette. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass die Verteidigung solcher Dinge immer ein Risiko ist und in einer großen Krise oder Ausnahmesituation genügt eine Verletzung, um schon massive Probleme zu bekommen, wenn ich nicht medizinisch versorgt werden kann. Beziehungsweise, wenn ich verletzt werde, getötet werde oder irgendwelche anderen Probleme dann habe, dann bin ich nicht mehr in der Lage, meiner Familie, meinen Freunden und so weiter zu helfen. Auch das sollte man bedenken. Wenn ich also für ein paar Dosen Ravioli dann mein Leben auf Spiel setze, dann weiß ich nicht, ob das so schlau ist, wenn ich dann nachher meinen Freunden und meiner Familie eben nicht mehr helfen kann. Auch aus diesem Aspekt heraus sollte man sich gut überlegen, inwieweit man hier ein Risiko eingeht. Und diese Leute, die immer wieder behaupten oder meinen, dass sie ihr Eigenheim verteidigen, bis es nicht mehr geht, bis zum Letzten, das kann ich nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen und ich verstehe das nur bei Leuten, die vielleicht gesundheitlich Probleme haben oder ein Handicap, die eben nicht in der Lage sind, diesen Ort zu verlassen. Aber ansonsten, wenn ich eine Möglichkeit habe zu flüchten, dann würde ich das immer vorziehen, als wenn ich mein Leben da auf Spiel setze, um ein paar Dinge, die eben materieller Natur sind, zu beschützen. Mein Leben kann ich nicht ersetzen. Diese materiellen Dinge mit großer Wahrscheinlichkeit schon. Es ist mir im Grunde auch egal, ob das Menschen als dumm oder feige bezeichnen, wenn ich solche Aussagen mache. Ich treffe für mein Leben meine eigenen Entscheidungen, ob die richtig sind oder nicht. Das wird sich dann in so einer Situation herausstellen. Ich hoffe natürlich, dass ich das nie herausfinden muss. Wenn ich bei den Leuten auf das Thema Fluchtrucksack und generell Flucht komme, dann höre ich auch immer wieder interessante Aussagen mit wo willst du hingehen? Wo gehst du hin mit deinem Zeug? Da ist meine Ansicht auch klar. Im Endeffekt spielt es gar keine Rolle, wo ich hingehe. Es geht ja darum, dass ich aus einer Gefahr wegkomme. Das ist der Kernpunkt dieser Gedankengänge. Ich möchte einfach einer Gefahr entgehen, die unmittelbar vor mir besteht und der ich entgehen muss. Und ob ich da auf den Berg gehe, in die Natur, ob ich in eine andere Stadt flüchte, ob ich zu meinem Auto flüchte, um wegfahren zu können, das ist zweitrangig. Wenn es um das Thema Auseinandersetzungen und die damit verbundenen Risiken einer Verletzung geht oder sogar getötet zu werden, denke ich, ist vielen Leuten nicht bewusst, wie verletzlich der menschliche Körper eigentlich ist. Es ist tatsächlich so, dass es nicht ist so wie in Hollywood, wo ein Superheld hier 30 Minuten lang Schläge einsteckt und vielleicht irgendwo ein wenig blutet und dazu noch lächelt und 15 Mal wieder aufsteht, wenn er niedergeschlagen wird. Das ist im realen Leben nicht so. Oder wo irgendwelche Helden den Kugeln ausweichen oder irgendwelche Superkräfte haben. Das ist nicht das reale Leben, Leute. Und wie gesagt, eine kleine Verletzung würde schon genügen, damit ihr massive Probleme bekommt. Wenn sich diese Wunde entzündet oder ihr irgendwelche wichtigen Organe verletzt mit einem Messer, mit einer Kugel, dann ist es vorbei, dann war es das. Und das muss man sich zu jeder Sekunde, zu jeder Minute, die man in einer großen Krise verbringt, Bewusstsein. Das darf man einfach nicht verdrängen. Das Leben ist sehr kostbar und es muss geschützt werden. Und man muss sich auch bewusst sein, wie verletzlich man ist. Ich hoffe dann unterm Strich schon auch, dass große Krisen und Ausnahmesituationen den Leuten wieder klar machen, wie verletzlich der menschliche Körper ist und dass sie Risiken nicht achtlos eingehen sollen und sich nicht selbst überschätzen dürfen. Wenn das mal in das Bewusstsein der Leute eingedrungen ist, dann denke ich, wird es für alle Leute auch in der Krise etwas leichter. Die erste Zeit, denke ich, das ist meine Vorstellung, wird sehr schwierig werden, bis mal diese ganzen Rambos, diese Leute, die sich massiv selbst überschätzen, nicht mehr da sind. Sage ich jetzt mal banal, ihr wisst, was ich meine. Und dann wird die Sache auch leichter, weil die Leute, die da noch übrig bleiben und sich der Risiken bewusst sind, werden sich einfach anders verhalten und werden versuchen, auch Gewalt und Konfrontationen hoffentlich zu vermeiden und wieder versuchen, auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen und vielleicht auch miteinander versuchen, diese große Krise oder Situation dann eben zu überstehen. Und ich hoffe, dass dieses Bewusstsein eben auch in die Leute früher oder später dann wieder zurückkehrt und dass man sich auch darauf verlassen kann, dass das Risiko immer weiter sinkt, umso länger eine Krise dauert. Und ich glaube, weil auch viele Leute immer sagen, wenn erst mal die Leute verzweifelt sind und Hunger haben, Durst haben, dann machen sie alles. Das glaube ich unterm Strich nicht. Der Mensch ist zwar schlimm und Krisen bringen das Schlimmste in uns hervor, aber es gibt trotzdem dann Grenzen. Und wie gesagt, wenn ich mir der Verletzlichkeit meiner eigenen Person bewusst bin, dann kann ich nicht mehr alles machen, weil die oberste Priorität muss dann trotzdem sein, dass ich mein Leben schütze. Und wenn ich jetzt jemanden für ein Stück Brot angreife und ich laufe Gefahr, dass mich der verletzt oder tötet, dann ist das Stück Brot wahrscheinlich nicht wert. Dann muss ich vielleicht einen anderen Weg finden, der nicht so risikoreich ist. Das ist das Stück Brot angreife und ich glaube, es ist das Stück Brot angreife und ich glaube, Was natürlich in solchen Diskussionen über Krisen- und Ausnahmesituationen immer wieder vorkommt, ist das Thema Schusswaffen oder Waffen generell. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht mit meinen Ansichten dazu. Und auch hier möchte ich noch mal ins Bewusstsein rufen, klar, wenn du eine Waffe hast, eine Schusswaffe, eine Feuerwaffe, irgendetwas in dieser Art, dann kann man das Machtgleichgewicht schon etwas verschieben, das ist mir klar. Aber trotzdem wird es immer Leute geben, die besser schießen können als du, die schneller sind, die Glück haben, die vielleicht einfach besser trainiert sind, die dir überlegen sind. Und man ist also trotz Waffe nicht unverwundbar und auch dessen muss man sich bewusst sein. Viele Menschen da draußen kaufen sich einfach irgendeine Schrotflinte, eine Pistole oder sonst irgendetwas und denken dann, damit sind sie unbesiegbar. Unbesiegbar, niemand kann ihnen jetzt etwas antun. Klar kann man sich mit so etwas schützen, aber man ist definitiv nicht unverletzlich, auch mit einer Waffe. Das muss einem klar sein. Für mich kann daher das Schlussfazit aus diesem Video nur bedeuten, Kampf ja, wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe. Wenn ein Kampf zustande kommt, dann muss ich mein Risiko so weit minimieren wie irgend möglich. Aber in erster Linie würde ich andere Methoden vorziehen. Konfrontationsvermeidung, Risikominimierung, Flucht, irgendetwas in dieser Art. Alles ist mir recht, um eine direkte Konfrontation, einen Kampf, einer Gewaltsituation aus dem Wege zu gehen. Und dabei bleibe ich auch. Und das ist für mich im normalen Leben schon so. Und gerade in einer Krise oder Ausnahmesituation wird das nicht anders sein. Das ist halt mein Wesen. Ich möchte nicht kämpfen. Ich möchte nicht Gewalt anwenden gegenüber anderen Leuten. Und das wird sich in einer Krise auch nicht ändern. Punkt. Auch wenn das für mich bedeutet, dass ich vielleicht in gewissen Situationen anders handeln muss, vielleicht auch Dinge verliere oder den Verlust von Sachen auch bewältigen muss. Das gehört dann für mich einfach dazu. Aber für mich ist mein Leben das Heiligste. Und dazu wähle ich den risikolosesten oder den Weg mit dem geringsten Risiko. So wollte ich das sagen. Mich würde zu diesem Thema natürlich eure Meinung wie immer brennend interessieren. Und was sagt ihr zu dieser Sache? Wissen die Leute da draußen wirklich nicht, wie verletzlich sie sind? Ist Kampf und Gewalt tatsächlich die beste Option? Und warum wird diese andere Sichtweise eben mit Flucht und Risikominimierung so selten erwähnt? Schreibt mir dazu bitte einfach einen Kommentar. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen. Und wenn ihr noch nie auf meinem Kanal wart oder schon länger zuschaut, aber noch kein Abo gemacht habt, dann würde ich euch jetzt darum bitten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Prepper Fox. Das war's für heute.